Günter, Günter, bist du soweit? Ich such mal eine Brille. Sag mal, hast du mal eine Brille gesehen? Ich hab dir gesagt, lernt den Text. Die paar Zeilen. Das ist so eine Schnapsidee. Also hab ich sonst nichts zu tun. Ich brauch doch die Brille. Steht doch nichts. Mit Brille ist doch auch nicht besser. Alter, liegt sie ja? Oh, ja, ja. Guck mal. Ei, ei, ei. Hallo. Hier spricht der Herrscher über Himmel und Erde. Schöpfer. Also sprach der Herr. Geht hin, seid furchtbar und mehret euch. Furchtbar und so. Schluss jetzt. Ich fand's eigentlich gut. Wie besser kriegt man's eigentlich. Schnell den auch.